Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt. Unser Thema heute Oxalis Tuberosa Oka. Wir bauen dieses Jahr die Oka-Früst in Vorbereitung der Markteinführung nächstes Jahr bei uns in Bux an. Ungefähr 50 bis 100 Meter lang haben wir die angebaut. Wir haben die Knollen und Jungpflanzen etwa mit 50 cm Abstand in Plastik gepflanzt im Frühjahr. Und so sieht die Pflanzung jetzt im Herbst, Beginn Oktober aus. Also der Plastik ist fast gefüllt worden. Rechts haben wir Himbeermutterpflanzen, links haben wir eine Gründüngung, die hier die Oxalis Tuberosa bedrängt hat. Also sie haben sich ganz gut entwickelt. Und so sehen die Blätter dann von nahem aus. Erinnert halt schon sehr stark an Klee. Es ist eine Kleeart, Oxalis Tuberosa. Was ist uns im Versuchsanbau während der Kultur aufgefallen? Zunächst einmal, wir hatten einen sehr heißen Sommer hier und die Oxalis haben sich im Sommer, im heißen Sommer eigentlich zunächst ganz schlecht entwickelt. Sie sah nicht so schön aus, sie war nur so ein bisschen sparig, sie nicht richtig gewachsen. Ganz offensichtlich war es diese anderen Pflanzen in diesem heißen Sommer hier im Rheinteil in Bux zu heiß. Sie hat sich also nicht entwickelt. Erst im Herbst, im September, als sich dann die Temperaturen normalisiert haben, hat sie sich gut entwickelt. Umgekehrt haben wir ja Oxalis Tuberosa auch in Ippenburg, auf Schloss Ippenburg, in unserem Luberer Mundraubgarten in Ippenburg angepflanzt. Und da haben sie sich von Anfang an sehr gut entwickelt und haben zunächst sogar die Süßkartoffeln bedrängt. Hier eine hellgelbe Sorte, das ist ein zweites, was uns aufgefallen ist, dass diese hellgelbe Sorte auch im Blatt und im Stiel etwas heller ist als die anderen Sorten. Wie gesagt, jetzt im Herbst haben sich dann die Oxalis sehr gut entwickelt. Wir sind jetzt gespannt auf die Ernte im Oktober, November, Dezember. Wir werden sehr spät ernten, weil wir wissen, dass sich die Oxalis sehr spät in der Vegetationsperiode eigentlich am besten entwickeln. Hier sieht man noch, wie sie sich dann im Sommer, im heißen Sommer nicht so gut entwickelt haben. Und hier an dieser Stelle, aufgrund der sehr leichten steinigen Böden, haben sie sich dann nicht ganz erholen können. Noch etwas Interessantes, die roten Sorten, zwei rote Sorten. Hier zum Beispiel eine rote Sorte, die hat dann auch Stängel, die deutlich röter sind als die anderen Sorten. Und hat vielleicht den schönsten Zierwert, zwar nicht den stärksten Wuchs, aber den schönsten Zierwert. Also die roten Okasorten haben grüne Blätter, rote Stängel und dadurch einen etwas höheren Zierwert als Bodendeckerpflanze, als die anderen Oxalis tuberosa. Ja, auch die roten haben sich zunächst im Sommer wenig entwickelt, aber dann auch jetzt im Herbst, im September, Oktober erholt. Aber das Entscheidende wird dann sein, wo wir auch genügend Knollen ernten können, sodass es dann auch was zu essen gibt. Denn die Gartenliebe bei Lubera, auch bei den Oxalis tuberosa, geht durch den Magen. Hier hinten noch eine letzte Sorte, auch eher eine rote, die sich wiederum sehr breit, mastig entwickelt hat. Eine rosafarbene Sorte, die dann auch wieder eher rötliche Stängel hat. Hier sieht man die Stängel, also gar richtig rote Stängel hat. Also die rote Farbe in den Knollen, die zeigt sich dann eben auch in den Stängeln, nicht in den Blättern. Und das macht dann auch die Stängel etwas attraktiver und die Blätter und der Bewuchs etwas attraktiver, als bei den gelben Sorten der Fall ist. Das sind so die Erfahrungen dieses Jahr mit Oxalis tuberosa. Das nächste Video drehen wir dann im November, Dezember, wenn wir dieses schön lange Feld hier roden werden. Und sehen, was da an Knollen, an Ertrag übrig bleibt. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht es zu Lubera.com, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos servieren können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.